Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt ist auch der Bauer Hause Sonntag, US-Car Treff in Kirchberg, wo der Bauer Hause nimmt sein erstes Bier. Ja, und jetzt kommt doch noch kein Bauer vorbei. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also Freund, wie jeden Sonntag starte ich da den Grill, aber ich sehe im Hintergrund, ein Gewitterregen rasselt nieder, aber der Smoker brennt. Ja, ich sehe da, es ist zu hell oder zu dunkel, mein Dach ist wohl verstopft. Das Wasser läuft darüber hinweg. Das muss ich unbedingt reinigen.